Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Alexanderskirche in Zweibrücken ist eine spätgotische Hallenkirche. Sie wurde 1489 von Fürst Alexander von Pfalz Zweibrücken gestiftet und 1493 begonnen. Die Kirche wurde im Laufe ihrer Geschichte mehrfach zerstört, zuletzt im Zweiten Weltkrieg und wurde nach dem Krieg in vereinfachter Form wieder aufgebaut. Die Zeit von neun bis zwölf Die Zeit von neun bis zwölf Die Kirche wurde im Laufe ihrer Geschichte mehrfach zerstört. Die Kirche wurde im Laufe ihrer Geschichte mehrfach zerstört. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Kirche wurde im Laufe ihrer Geschichte mehrfach zerstört. Sollte Vielen Dank. 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 Vielen Dank.